so und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft ja wir sind hier noch in der höhle unterwegs und buddeln uns mal wieder tierisch durch die wände auf der suche nach einer riesen höhle beziehungsweise vielleicht finden wir noch ein paar diamanten bevor wir nach hause zurückgehen auf jeden fall buddeln uns gerade in richtung heimat tut 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 aber es sieht nicht danach aus als würden wir im moment was finden nicht wirklich ich höre schon wieder lava da ist was ist das was ist das was haben wir denn da gefunden was ist denn das hallo hallo ist das maragt oder wie ich drehe gleich am rad okay wir sammeln jetzt erst mal die steinchen ja so und dann schmeißen wir mal schmeißen wir denn weg okay ein smaragd haben wir gefunden ich drehe ja voll am rad ja geile kiste wir haben ein smaragd so jetzt wollen wir hoffen dass wir dahinter jetzt nicht irgendwie das finden was ich hoffe zu hören glaube das wäre nicht so schön aber wir haben ein smaragd gefunden wow wie geil ist das denn das ist ja richtig geil cool da freue ich mir freue ich mir und da haben wir lava jawohl ich habe sie doch gehört und wir haben eine höhle gefunden ja redstone ganz viel redstone haben wir hier mal gucken ob wir hier noch was anderes finden außer redstone wow das ist ja der hammer welcher höhe sind wir sind auf 13 13 ist kaka jetzt sind wir auf 11 ok dann gucken wir mal vielleicht finden wir hier noch was sieht aber nicht danach aus nicht wirklich ok dann gehen wir glaube ich meine andere richtung jetzt weil wir müssen irgendwie die lava umgehen so ein bisschen platz hier machen das sieht nicht gut aus da scheint ja so ein richtiger lava see zu sein so ganz viel eisen haben wir hier was natürlich wir alles nicht mitnehmen können ok jetzt gucken wir mal was wir hier noch zu finden moment aber wir haben so viel pflastersteine alter schwede so die lassen wir jetzt mal hier dann schießen wir die auch mal eben wieder weg so wir haben davon jede menge brauchen wir jetzt im moment nicht so genau das will doch keiner haben ja ich glaube mit diamanten war es jetzt mal die zwei stück war das letzte da finden wir im moment nicht wirklich viel mehr und eisen 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 und ganz viel kies zu allen erst mal auf seite so was haben wir jetzt schon hier für ein misst hier jetzt kriegst du mir die kriese du musst es leider anlauben wir können hier vielleicht auskommen die stelle aus das ist da ist jetzt wirklich nichts dazwischen würde ich mal so sagen hier kommen wir nicht weiter dann müssen wir dann doch hier weiter und der boden und seite wir sind hier sind doch 13 ein stück tiefer so gucken wir mal was das hier so die erde ist auch nicht schlecht aber ich dachte ich finde nichts mehr noch mal weiter so sind wir jetzt kommen wir hier noch mal raus ich kann ja langsam gar nicht mehr sehen so kommt jetzt kommt jetzt schaffen wir das ich glaube das bleibt dabei was wir jetzt gefunden haben wir bauen hier tierisch lange ginge aber so höhlen mäßig ist hier nicht so viel und haben wir schon wieder redstone aber ich höre die lava wieder ich höre sie wieder sagen wir mal schauen jetzt müssen wir mal was hier kommen wenn es los hat es meine herren was ist das hier denn für ein riesen ding und dann schauen wir mal und dann schauen wir mal das sieht nicht danach aus obwohl es könnte ja sein dass wir gleich irgendwann mal auf was schönes stoßen schönes stoßen okay da haben wir schon mal schwuppli wupp wieder erde und davon jede menge wow so und weiter geht's muss doch mal irgendwann eine höhle kommen hier hallo gibt's doch gar nicht so jetzt aber nein außer kiez war hier nix ja wir könnten jetzt bergarbeiter glaube ich werden ja wir werden bergarbeiter oh hab ich mir noch fast gedacht dass wir hier was kommen So, gucken wir mal. Ein Riesen-Lava-See. So, das ist doch schon mal nicht schlecht. Und wo Lava ist, da kann der Rest nicht weit sein. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg hier rausfinden. Aua! Warte mal. So, ein bisschen Platz machen. Ist das schon wieder unsere letzte? Oh, da hinten ist was. Da hinten ist eine Dingensbumsinen. Ne, da kann man hier so kommen vorbei. So, jetzt gucken wir mal, dass wir da rüberkommen. Da war doch was. Da habe ich doch was gesehen. Da ist Gold. Ganz viel Gold. Wo wir jetzt gar nicht so wirklich dran kommen. Nein, nein, nein. Und was haben wir hier? Oh mein Gott. Wir haben schon wieder Smaragd gefunden. Ich drehe ja voll am Rad. Oh, geil. Voll geil. Ja, das ist doch mal der Hammer. Jetzt haben wir mal eine Höhle gefunden. Wow, wow, wow. Lapislazuli. Und, und, wir haben Bingo Bongo. Wir haben Diamanten gefunden. Ja, und wir haben keinen Platz, um die mitzunehmen. Dann muss das Gold jetzt leider mal dran glauben. Du, 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 du. Und da sind sogar, warte mal, einen haben wir schon. Gut. Zwei. Drei. Vier Stück. Vier Diamanten. Wow. Ja, das ist doch mal geil. Welcher Höhe sind wir? Wir sind auf zwölf. Cool. Da freue ich mich, da freue ich mich. Jetzt haben wir nicht nur Smaragd, jetzt haben wir auch wieder Diamanten. Geblüht. Aber, glaube ich, hier ist sonst nichts mehr. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Oh. Geht's weiter. Hier ist nur Wasser. Ne, da will ich jetzt nicht hin. Schwul. Und hier geht's weiter nach oben. Ach, ne, nach oben wollen wir ja nicht. Ne, das ist ja doof. Ne, und tschüss. Wir gehen wieder runter. Lalalala. Lala. Hui. So. Wum, 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 wum. Ne, da kommen wir her. Da haben wir weggebuddelt. Wow, das ist ja richtig geil. Das ist ja richtig. Von da sind wir gekommen. So, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, ein bisschen zu gucken. Ne, das ist zu klein. Das ist eng. Aber hier ist jetzt ein größerer. Wow, da hinten ist schon wieder das Markt. Ich habe wieder was gesehen. Am Blick. Ich kann mal nicht weglaufen. So, wir kommen. Du, 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 du. Wow, wie geil ist das denn? Jetzt müssen wir uns das hin. Ein bisschen baui, baui machen. Flutsch. So, ja, geile Kiste. Jetzt haben wir, äh, ja, jetzt haben wir, ne? Sowas von. Gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Wow, das ist ja. Fluppi flupp. Das ist der Hammer. Da will ich jetzt aber nicht her. Jetzt gehen wir mal hier rüber, würde ich sagen, ne? So, schwubbidi bupp. Und noch mehr Diamanten. Ja, wir haben eine Serie. Flupp, flupp. Sechs Stück. Und sieben Stück. Ja, bingo. Hahaha. Geile Kiste. Ich drehe hier total im Rad. Scheiße. Scheiße, hier ist Lava. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Lava ein wenig eingedämmt bekommen. so, 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 so. Wow, wow, was ist denn das hier? Ist ja hammermäßig voll der Dungeon. Oh, da kommt hier wieder neu. Schwupp, tschö. Wow, das ist ja der Hammer hier. Alter Schwede, da ist ein Spawner von so Spackos. So, Hilfe, ich will hier raus. Warte mal, wir haben doch ein Schwert. Wo ist unser Schwert? Sieben Diamanten. Ich dreh am Rad. So, du bist fertig vor die Speckkiste, mein Freund. Hahaha. Und tschüss. So. Schwert raus und los geht's. Wow, wow, wow. Cool hier. Das Lapislazuli. So, wir müssen mal schauen, ob wir hier was finden. So, jetzt schauen wir mal, ne. Das sieht vielversprechend aus. Wow, wow, wow. So, was haben wir denn hier? Jede Menge von dem Gezumpel. Das will ich aber gar nicht. Spinnennetze. Ich will keine Spinnennetze. Wow, das ist der Hammer hier. Wollt ihr mich kleben oder was? Dann hau ich dir vom Kopf. Wow. Krasse Kiste. Krasse Kiste. Jetzt müssen wir so ein bisschen mehr Platz machen. So. Gut, dass wir ein Schwert dabei haben. So. So, machen wir erstmal hier alles weg. Das war hier ein bisschen... Oh, oh, oh. Gefährlich, gefährlich. Jetzt gehen wir erstmal so ein bisschen schauen. So, jetzt müssen wir irgendwie hier rüber. So. Welcher Höhe sind wir denn jetzt? Ich war auf zwölf. Ich nehme mal an, dass wir wahrscheinlich nur einen tiefer müssen. Aber vielleicht finden wir hier erstmal so... Oh, Endstation. So. Telelelelelelelel. So. Ne, nicht wirklich. Aber hier kämen wir vielleicht raus. Ich will aber nicht hier raus. So. Dann werden wir wohl ein wenig buddeln müssen noch. Da läuft die Lava runter. Okay. Das ist gefährlich hier. Da müssen wir gut aufpassen, sonst sind wir tot. Aber so richtig tot. Da könnten wir uns was runter bauen. Genau so. Schwupp. Schwupp. Schwupp, schwupp. Und dann sind wir auf der anderen Seite. Wow, cool. Juhu, das ist total super.